Müssen sie unbedingt schnappen. Hm. Was wird sich bloß ändern? Garantiert irgendwie noch einen schlimmeren Virus freisetzen oder so? Geht klar! Hm, relativ schnell Aufzug. Steht doch noch genau vor uns. Fuck! Kann nicht wahr sein. Komm! Oh, es ist zugegangen. Jetzt werden wir noch drunter schneiden können. Jetzt können wir den langsamen Weg nehmen. Ich halte mich doch gar nicht mit den Viechern auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Oh ja! Kann nicht wahr sein, ich brauche noch eine Granate. Ich wollte mich ja nerven, wie viele das sind. Okay, keine Rückseite auf die Munition. Schnell! Kommst du von der Decke? Okay, Munition. Wunderschön gemacht. Jetzt auch nix? Okay. Hey, da wir kommen! Ich bin schon ziemlich nah dran. What the hell? Oh, da duscht sich einer. Wasch mal dein Blut ab. Scheiße aussieht, siehst du. Haha. Ein Kraut. Das kriegen wir doch schnell. Ach, ein Kraut. Warten wir ein bisschen. Wunderschön gemacht. Das Viech kam aus dem Nichts. Nice. Munition. Oh, ist gut. Immer her damit. Oh Gott. Nicht springen oder so. Keine Munition. Fuck. Ach, du triffst mir garantiert nicht. Auch wenn ich die Treppe rückwärts runterfallen, mir wahrscheinlich das Genick brechen werde. Gott, geht's mir jetzt drauf. Oh, lässt sich gar nicht beeindrucken von meinen Schlägen. Gut. Auf uns sein. Geht's mir. Geht's mir. Geht's mir. Geht's mir. Geht's mir. Hier müssen wir sogar weiter. Moment. Was ist hier? Wieder nichts. Kann ich an ihn glauben manchmal. Überall so offene Areale teils, aber da ist nie irgendwas los. Moment. Was ist mit dem Koffer? Ja, voll. Wer sagt's denn? Na, soll sie tödlich irgendwie betatschen? Da ist sie. Da ist sie. Nach oben. Los. Du lässt sie auch noch Zeit. Das ist eine Falle. Werde nur noch angegriffen. Sollten wir kurz einen Prozess mitmachen. Ab dich. Let's find the Umbrella, Hülle. Na, komm, 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 komm. Voll. Voll in die Eier. Und noch so ein Viech. Meine Güte. Irgendwie ein Besacker auf mich zu. Wunderbar. Ich hab nur ein Kraut. Okay. Ich sag nichts zu zwei. Das kann ich an dir aufheben. Ich hab keine andere Wahl. Hier ist ein zufällig ein rotes, oder? Mach nicht den Anschein. Dankeschön. Noch ein Kraut. Hab ich wieder nur eins im Inventar. Jopp. Shit. Durchs Fenster. Noch mehr. Der schießt doch noch länger. Muss mal ein bisschen nachladen. Boah, jetzt räumen wir auf. Oh, der mutiert. Geht doch. Okay, ich brauch aber vorher noch die Munition von ihm. Okay. Keine bösen Überraschungen mehr. Ich glaub, ich hab da eine Nelke gesehen. Wusste ich's doch. Knack. Yeah. Kisten? Ganz viele. Hier legen wir mal los. Was ist an den Kisten? Okay, ja. Kann ich nur drüber springen. In der Ecke ist auch nichts. Okay, dann hier raus. Die Tür. Geht klar. Oh, da kommt wieder so ein Viech. Mehrere. Granate, Granate. Okay, ich sollte meine anderen Waffen benutzen. Gucken wir uns mal hier kurz um. Da sagen noch Punkte von den Viechern. Da ist sie. Die hat die Ruhe weg. Oh, nicht die Viecher wieder. Müssen an dem Viech vorbei. Ganz einfach. Jetzt geht's von unten wieder nach oben. Ja, anscheinend. Ich denke schon, die ganze Zeit. Die läuft so langsam. Die will uns garantiert in irgendeiner Fall erlocken. Los geht's. Schnappen wir sie uns endlich. Oh, nee. Ich mutieren. Gibt's so einfach nicht. Gut. Was zur Hölle. Steht direkt wieder auf. Voll. Hier waren wir schon, oder? Kommen wir fast so vor. Kommt noch mehr Viecher. Noch ein Blendgranaten. Wir haben uns selber geflasht. Gut gemacht. Dachte, ich könnte so eine Schleichattacke von hinten machen. Ich kümmere mich um das Ventil. Verschaffen Sie mir Zeit. Geht doch. Guter Apercut. Wow, Mann. Fass mich bloß nie an. Widerliches Viech. Oh, krabbel, krabbel, krabbel. Gut. Oh, das ist offen. Fuck you. Ich werde keine Munition an euch verschwinden. Gut. Zeug. Unkraut. Können wir schon mal kombinieren. Okay. Ey, da kommt man nicht raus. Ey, da. Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht. Schon wieder. Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu Ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo Ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich Sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau, das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs. Raccoon die Zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Wow! Das kam unerwartet. Doch jetzt gibt's kein Zurück mehr. Verdammt! Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen. Sofort! Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Unglaublich. Ada gekillt. Alpha Team, hier HQ. Wow. Wir bestätigen, dass Wong die Weile ist. Einfach nur wow. Und dann wird die gleiche Katastrophe wie Raccoon City stattfinden mit der ganzen Welt. Oh nein. Wir haben Raketen aus Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Das kriegen wir hin. Der Landeplatz ist da fern. Schnell. Okay. Halten wir die Raketen auf.